Yo, Prag! Willkommen auf jeden Fall wieder! Checkt euch mal den Ausblick hier an, ey! Wow! Crazy, Alter! Das war eine fette Stadt hier, ey! Checkt das mal aus hier, ey! Das ist schon fett hier, Alter! Das ist schon richtig fett hier, Mann! Sehr, sehr schöne Stadt! Auf jeden Fall eine richtig gute Stadt, um immer neue Gedanken zu bekommen, um sich mal was Neues aufzuschauen. Was fürs Auge auf jeden Fall! Hier sind schöne, schöne Plätze, schöne Gebäude! Die Polizeiautos sind schon wie in Amerika anladen! Crazy! von der Burg oben hatten wir auch einen guten Ausblick ja es war gestern Nacht und es war auch ganz okay und da gibt es noch ein paar andere Plätze, aber ja muss man gucken, ob da für die Zeit noch reicht meine Füße sind noch ziemlich remoliert deswegen muss man gucken wie es ausschaut die goldene Stadt Gehen wir mal nach Visegrat, hier ist Visegrat, Kraft, da soll es gut abgehen mit Clubs und so'n Scheiß Clubs und Partys Partys mit Barbies, Clubs und Clubs mit, ich fahre vor mit Bugatti Part 4, haha trotzdem sind wir hier 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 Und hier sind auch überall die Ukrainer, hier sind auch ein Haufen Ukrainer unterwegs. Vielleicht nicht so viel wie in Berlin, aber auf jeden Fall auch viele, 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 viele Ukrainer hier in Prag. In einer der schönsten Städte Europas, würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder? Die vielen Millionen Touristen, die hier herkommen, die lügen ja nicht. Das ist schon sehr, 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 sehr fett hier auf jeden Fall. Diese checkt aus TV. Blauzer. Blauzer. Blauzer.